Innovation aus Delmenhorst. Wenn Elektroautos brennen, sind sie nur schwer zu löschen und können zudem noch Stromstöße abgeben. Diesen Problem hat sich der Delmenhorster Betrieb Ellermann Eurocon angenommen und die sogenannte Redbox entwickelt. Am Donnerstag wurde auf dem Gelände der Delmenhorster Feuerwehr der Prototyp erprobt. Brennende Elektroautos sollen mit einer Winde in den Container gezogen und darin gelöscht werden. Das Wasser kommt wie in einer Waschanlage aus allen Richtungen. Selbst eine Flutung des Fahrzeugs ist in dem wasserdichten Container möglich.